Der Hurricane Fiona ist in Puerto Rico auf Land getroffen und hat starke Regen sowie katastrophale Überschwemmungen in weiten Teilen der Karibikinsel ausgelöst, so das US-Hurricane-Zentrum. Auf Fotos waren ungeschützte Bäume, Überschwemmungen und Rettungsaktionen zu sehen. Der Notfall ist noch nicht vorbei. Alle sollten an einem sicheren Ort bleiben, schrieb der Gouverneur Pedro Pierluisi. Indes bereitet sich die Dominikanische Republik auf Fiona vor. Fiona erreicht die Südwestküste Puerto Ricos in der Nähe von Punta Trogon mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern. Der Wirbelsturm hatte über dem Atlantik an Kraft gewonnen und war auf dem Weg nach Puerto Rico zu einem Hurrikan hochgestuft worden. Etwa 12.500 Menschen seien gezwungen gewesen, ihre Wohnungen zu verlassen, erklärte der Direktor des Zentrums für Rettungsdienste, General Juan Mendes García. Das Hurrikan-Zentrum warnte für Puerto Rico und die Dominikanische Republik vor sinnflutartigen Regenfällen und Schlammlawinen. Diese Niederschlagsmengen werden in Puerto Rico und Teilen der östlichen Dominikanischen Republik zu lebensbedrohlichen Sturzfluten und Überschwemmungen in den Städten, sowie zu Schlammlawinen und Erdrutschen in höher gelegenen Gebieten führen. Das Sturmtief sorgt für überflutete Straßen und Stromausfälle. Das Stromnetz ist aufgrund der Auswirkungen des Hurricanes derzeit außer Betrieb, schrieb Pierre Luisi. Nach Angaben des Stromanbieters Luma Energy könnte die Wiederherstellung der Stromversorgung mehrere Tage dauern. Schon vor dem Sturm war in Puerto Rico der Strom immer wieder ausgefallen, was auch zu Demonstrationen führte. Die Behörden verhängten für 16 der 32 Provinzen des Karabikstaats die Alarmstufe rot. Im Ferienort Punta Cana waren einige Straßen durch umgestürzte Bäume oder Strommasten blockiert. Der Hurricane bewegt sich derzeit in Richtung der nördlich der Dominikanischen Republik gelegenen Turks- und Caicos-Inseln. Am Montag war in Puerto Rico nach Angaben von Gouverneur Pedro Pirolisi für rund 100.000 Menschen die Stromversorgung wiederhergestellt. In zahlreichen Regionen des US-Außengebiets, die nie Überflutungen erlebt hätten, habe sich so viel Niederschlagswasser gesammelt wie nie zuvor. Insgesamt 800.000 Menschen waren diesmal nach Behördenangaben wegen Stromausfällen und Überschwemmungen von der Trinkwasserversorgung abgestitten. Ein Mann erlitt tödliche Verbrennungen, als er wegen des Stromausfalls seinen Generator befüllen wollte. US-Präsident Joe Biden erklärte den Ausnahmezustand für Puerto Rico. Er sprach auch mit Gouverneur Pedro Luisi und sicherte ihm zu, dass die Zahl der vom Washington entsandten Rettungskräfte von derzeit 300 konsequent erhöht werde.